Schön machst du das. Ja. Nicht schrubben, schrubben wäre die falsche Bezeichnung, weil ich gehe nur mit der weichen Seite des Schwanz hier oben drüber. Machen wir mal weiter mit dem Burger, würde ich sagen. Moin ihr Sizzler, schön, dass ihr dabei seid. Heute kommt ein lang erwartetes Video, nämlich der vegane Jackfruit Burger. Schön, dass du da bist, lieber Johannes. Schön, dich zu begrüßen, lieber Julian. Heute machen wir zusammen den Jackfruit Burger. In unserer Showküche. Es gibt einen Grund, warum wir ein bisschen gewartet haben mit dem Video, weil wir kriegen doch durchaus sehr viele Mails, Nachrichten. Jungs, wann gibt es den Jackfruit Burger, den ihr mal im Angelcamp gemacht habt? Und wir haben damit lange gewartet, aus einem bestimmten Grund. Wir wollten eigentlich den Burger mit Sascha zusammen machen, aber die aktuellen Gegebenheiten lassen es nicht zu. Und wir wollen aber, dass Sascha in der Lage ist, den zu Hause nochmal nachzumachen. Also Sascha, wir wissen, du guckst jedes Video von uns. Wenn du das jetzt siehst, herzliche Grüße an der Stelle. Uns im PalischTV gerne mal vorbeigucken. Wenn du es jetzt siehst, kannst du es nachmachen. Und sieh, das tut mir vor mir. Das geheime Rezept. Wie ist bekannt aus Film, Funk und Fernsehen? Der Jackfruit Burger. Nein, wir haben ihn tatsächlich das erste Mal gemacht beim Angelcamp. Das Angelcamp war letztes Jahr Ende Juni, meine ich. Auf jeden Fall haben wir dort den Jackfruit Burger gemacht, weil der gute Sascha ist Vegetarier und Laktoseintolerant. Und deswegen haben wir einen Burger gemacht, der vegan ist. Wir haben hier eine vegane Mayonnaise. Ich habe sie extra abgefüllt, damit man es sieht. Deswegen habe ich das in ein Salatblatt auch reingelegt, damit man es sieht, die ist vegan. Okay, die ist tatsächlich, in unserem Fall ist es eine normale Mayo, aber es gibt mittlerweile auch vegane Mayo. Das heißt, wenn ihr den Burger komplett vegan machen wollt, geht das. Ich finde, es ist eine sehr, sehr gute Alternative mittlerweile, weil wir haben den ja nicht nur einmal gemacht, sondern mittlerweile schon ein paar Mal mehr und auch verschiedene Sachen ausprobiert. Wir machen jetzt das Original von damals. Hört sich schon so lange her an. Aber ihr könnt halt, wenn ihr Gäste habt oder wenn ihr sagt, ich habe jemand in einer Familie, der eher vegetarisch oder vegan unterwegs ist, ich sage euch, lasst euch auf das Experiment auch als Fleischesser gerne mal ein, weil ihr werdet überrascht sein, wie gut der Geschmack ist. Ja, definitiv. Jetzt kann man schon viel vorweg nehmen, theoretisch. Wir können ja mal reingucken. Übrigens, was ich auch noch mal sagen wollte. Jackfruit, wir kennen es nur aus der Dose. Ich habe keine Ahnung, ob es die frisch gibt, aber für uns ist die Dose ideal, weil wir bestellen uns das immer im Netz. 5, 6, 7 Dosen, dann haben wir welche da und können damit arbeiten. Genau, und bei der ist es halt so, ich habe mir gedacht, wir zeigen euch das mal, weil wir werden natürlich auch oft gefragt, welches Produkt nehmen wir. Wir nehmen meistens immer diese hier. Das sind die von Jacky F., die kann man online bestellen, hat Hannes gerade schon gesagt, kann man euch gerne unten verlinken, wo man die bestellen kann. Es gibt die, glaube ich, auch in vereinzelten Supermärkten und es gibt auch Alternativen dazu im Supermarkt. Wir können euch jetzt nur den Geschmack von diesem Produkt nennen. Ich habe damals in Thailand auch frische Jackfruits gesehen. Echt? Ja. Ja, ja. Aber die habe ich noch nicht hier gesehen, sonst hätte ich mal eine mitgebracht. Ja, ja. Okay, wir gucken mal an, wie sieht das Ding aus, weil das ist so der erste Moment, wo man so ein bisschen vielleicht auch mal irritiert ist. Ich finde es übrigens gut, dass wir jetzt Wind und so einen leichten Spürregen haben und ich das voll von der Seite ins Gesicht kriege. Gut, oder? Das ist also wirklich fantastisch, ideal. Das mache ich übrigens nicht nur, weil ich das euch mal zeigen will, sondern auch, weil ich weiß, dass Korbi an der Seite steht und gerade ein Bild machen möchte. Ich mag übrigens diesen neuen Filmstil sehr gerne, weil jetzt kann ich mich hier mal frei bewegen, kann auch einmal hier hingehen, ohne dass ich hier mal an der Kamera bin. Und das ist übrigens eine Sache, die kann ich ja mal offen euch gegenüber kommunizieren. Wir haben uns überlegt, wir wollen was machen, wo ihr noch, noch mehr dabei seid, wo wir noch weniger rausschneiden, wo es noch realer ist. Ich muss mal kurz auf Toilette gehen, Sekunde, es geht gleich weiter. Hier wird nichts gestellt. Jetzt kann man die so auseinanderfriemeln schon. Hat übrigens von der Faser und auch vom Aussehen ein bisschen was. Ich habe die noch nie so probiert. Ich auch nicht. Hat ein bisschen was von Hühnchen oder auch Thunfisch, finde ich. Komm, ich probiere die auch mal so, wie die schmeckt. Ich kenne die nur gebacken, gebraten mit Gewürz. Für mich relativ geschmacksneutral, ein bisschen salzig vielleicht. Salzig und die Mette schmecke ich. Also sehr neutral, das ist auch der Grund, warum das so gut funktioniert. Also bei Jackfood ist es so, durch die Gewürzkomponenten gebe ich dieser Frucht den Geschmack vor. Und das macht die Sache ziemlich spannend, weil so kann man ein bisschen experimentieren. Und ich glaube, so ist es auch. Der ist schon gut, ne? Der ist schon gut. Der ist schon gut. Original Burger übrigens von Camp war gewürzt mit Honey Mastart von Ankerkraut, richtig? Ja. Machen wir heute auch. Wir haben auch wieder eine Aktion mit Ankerkraut aktuell. Ja. Müsst ihr mal gucken, verlinken wir euch unten in der Infobox, dann seht ihr, was ihr aktuell sparen könnt. Oder mal gucken, was ihr seht aus dem Rippenleier. Ich habe das noch gar nicht nachverhandelt. Ich guck mal. Du brauchst ein bisschen Öl, ne? Ankerkraut 80 Prozent. So eine Jackfood neigt dazu, schnell dunkel zu werden. Deswegen, wie viel, Julian, reicht dir das so? Ja, das reicht. Genug Öl. Ich mache nichts weiter, als die Sachen anbraten. Dann würze ich sie. Und dann kommen die gefühlt schon auf den Burger. Weißt du? Und das macht die Jackfood extrem flexibel. Man kann es halt auch zu Hause in der Pfanne machen. Habe ich auf dem Grillkanal natürlich nie offen gesagt, ne? Das ist gleich mal raus. Dann würze ich jetzt noch eine Runde. Würze mal eine Runde. Würze mal. Also schön Gewürze dran. Das kann auch richtig gewürzt ab, muss man dazu sagen. Also da muss man echt nicht sparsam sein. Wir vermischen später noch mit Barbecue-Soße. Ah ja. Und dann haben wir einmal die volle Packung quasi. Ich mache der Wein mal weiter. Wir brauchen natürlich noch ein paar Tomatenscheiben, ein paar Zwiebelringe. Das Wichtigste dabei ist, großzügig den Strunk abschneiden. Und vor allen Dingen die Schale wegnehmen. Oh, das Messer geht aber da wirklich gut durch, muss man sagen. Das geht wirklich wahnsinnig gut hier durch. Die Schneidtechnik ist natürlich auch noch so eine Sache, die da mit rein spielt. Aber, au, kein Scherz. So, nebenbei, wie gesagt, Tomate noch in Scheiben Salat rupfen und die Gurke in Scheiben schneiden. Also die Jackfood selber gibt keinen Geruch ab. Das sind eher die Gewürze und jetzt natürlich auch noch die Zwiebel. Und jetzt fängt die auch langsam ein bisschen an auszufasern. Wenn man die so in den Händen hier, hätte ich mal gesagt, in den Händen nimmt. Hier, seht ihr das? Drückt jetzt ein bisschen drauf rum. Von der Textur her wird das später so ein bisschen wie Pulled Pork sein. Also man fasert das so ein bisschen auf. Und dann hat man später, wenn man es original gar nicht weiß, denkt man, das ist ein Pulled Pork Burger. Jetzt kommt noch ein bisschen unsere Barbecue-Soße oben drüber. Das Ganze schön vermengt und dann können wir schon fast anrichten. Barbecue-Soße könnt ihr die nehmen, auf die ihr Bock habt. Wir nehmen immer unsere eigene, Burger-Antrips-Barbecue-Soße. Hat so ein bisschen mehr Grip-Geschmack. Das heißt, wenn du jetzt Fleischesser bist und das aber trotzdem machst du deine Freunde, die eben gerade kein Fleisch haben wollen, hast du jetzt noch mal eine Erinnerung an einen fleischigen Burger. Aber, wie gesagt, dann nehmt ihr einfach die, auf die ihr Bock habt. Und die gebe ich jetzt erstmal dazu. Ich werde jetzt mal die Burger-Brötchen antoasten. Dann können wir nämlich einen Burger belegen. Ganz kurz zu den Brötchen. Wir haben uns hier für die veganen Bands von Beka-Band entschieden. Die sind ziemlich lecker, haben so ein bisschen Sesam oben drauf und eignen sich für einen veganen, vegetarischen Burger natürlich hervorragend. Die toaste ich jetzt an, die Brötchen. Die kommen jetzt also hier auf den Grill. Ich habe hier zwei Brenner auf relativ niedriger Flamme schon die ganze Zeit laufen. A zum Händewärme und B, um da ganz vorsichtig und entspannt diese Brötchen anzutasten. Die drücke ich auch nicht so doll an. Die sollen mir gar nicht so doll an Rost ankleben. Wir sind fertig, ihr Lieben. Vor uns liegen jetzt drei wunderhübsch angerechigte Jackfruit-Fast-Ganz-Veganer-Burger. Fast ganz. Sieht auf jeden Fall optisch gut aus. Ihr könnt ja mal abstimmen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr uns einen Daumen dafür gebt. Wenn ihr das cool findet, so eine Rezepte, dann immer gerne mal einen Daumen reinklatschen. Aber guck mal, optisch ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Das sieht einfach aus wie Pult-Pork. Hier schneiden wir ihn an. Das ist einfach so. Kicken wir mal rein da. Und falls Sascha jetzt sieht, wird er sich sofort zurück erinnern an die Zeit, wo er es zuerst mal gegessen hat. Guck mal hier, schön. Offener Konsistenz, sieht irgendwie ganz witzig aus. Bevor ich jetzt reinbeiße, eine wichtige Info für euch. Wir haben vor kurzem ein Big Rösti nachgemacht. Das war auch ein Rezept, was sich viele von euch gewünscht haben. Verlinken wir jetzt riesengroß hier im Bild. Könnt ihr euch gerne gleich angucken. Wir beißen jetzt rein. Guten Appetit, bis demnächst. Alter, ist das lecker. Das ist wie Pult-Pork oder Pult-Chicken. Das ist im Prinzip, merkt man keinen Unterschied. Man muss sich da echt mal drauf einlassen, weil die Gewürze machen das am Ende aus. Wie viel schmeckst du noch von der Jackfruit und wie viel kannst du dir einbilden ins Fleisch? Richtig gut. Ich glaube, wenn ich es nicht wüsste, würde ich sagen, ich habe hier einen Pult-Pork-Börer vor mir. Vor mir.